Herzlich Willkommen zu Roten Couch Express hier von der SPS IPC Drives 2018. Gerade wir finden uns am Stand von Euchner und neben mir steht der Herr Dr. Hannes Zipse. Er ist Verkaufsleiter Deutschland. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wir stehen jetzt hier vor einem Sicherheitsschalter, der, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so viel anders ausschaut wie die bekannte Gatebox von Euchner. Was ist denn speziell an dieser Ausführung, an diesem Modell? Zunächst haben Sie mal richtig beobachtet, die Ausführung ist vom Design her ganz angelehnt natürlich an unsere alte Gatebox, die sehr stark im Markt vertreten ist. Tatsächlich haben wir aber sehr viel Innovation reingepackt. Zur grundsätzlichen Funktion unserer Gatebox hat sich nicht verändert. Wir haben hier einen Sicherheitsschalter, der gleichzeitig eine Türklinke ist für den Zaun, einen Riegel darstellt, um eine sichere Führung zu gewährleisten und zusätzlich einen Bedienpult darstellt für die unterschiedlichen Funktionen, die man an der Tür haben möchte. Welche weiteren Funktionen kennzeichnen das Gerät? Dieses Gerät kommuniziert über PROFINET und PROFISAFE-Protokoll mit der übergeordneten Steuerung, was sehr große Vereinfachungen mit sich bringt bezüglich der Verdrahtung und auch der Diagnose. Da möchte ich später noch gerne drauf eingehen. Ansonsten haben wir die Robustheit dieses Geräts deutlich verstärkt, haben aber die grundsätzliche Funktionalität beibehalten. Was das Gerät nun wesentlich auszeichnet, ist die hohe Modularität, die dieses Gerät mit sich bringt. Grundsätzlich besteht die Gatebox aus drei Modulen. Drei Modulen ist das Griffmodul. Das Griffmodul greift in das Zuhaltemodul rein, was die eigentliche Sicherheitsfunktion darstellt und das Zuhaltemodul kommuniziert über das Boost-Modul mit der Steuerung. Diese Modularität wird fortgesetzt im Zuhaltemodul durch individuelle Submodule und diese Submodule bieten die Möglichkeit für den Benutzer individuell seine Gatebox an seine Bedürfnisse anzupassen. Auf welche Anforderungen antworten Sie damit? Die Anforderungen sind heute die Anforderungen der Industrie 4.0 mit den Stichworten Serviceability, Usability, Preventive Maintenance. Das sind alles Dinge, die letztlich dazu dienen, die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten. Hier wollen wir einen Beitrag leisten. Die Gatebox ist sehr einfach einzubinden. Netzwerk. Das spart Zeit. Die Gatebox bietet sehr viele Diagnosemöglichkeiten. Die Fehlersuche wird einfach und schnell. Dadurch wird die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht. Und nicht zuletzt die mechanische Robustheit, für die euch noch bekannt ist. Da geht halt nichts kaputt. Und deshalb sind wir stolz auf unser neues Produkt und läsen hier unseren Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.